Okay Leute, willkommen zurück, weiter geht's mit dem nächsten Bonus-Level, immer noch Teppel des Todes, und zwar Bonus-Level 45. So, dafür hier einfach mal runter von Club Obi-Wan hier runter und mit Indie, das hier, meine ich, das ist so ein Nippel, den kannst du aufmachen und dann kommst du hier rein. Los geht's. Äh, super, dann wieder so ein Level, das heißt, äh, langen Ballons sammeln. Wobei ich sagen muss, beim letzten Mal, da hab ich das ja alles mit dem Auto gemacht, das ist gar nicht nötig, man kann die auch so einsammeln. Haha, ne? Von daher, mit dem Auto kannst du hier lang scheppern, aber naja. Guck mich erstmal oben aus dem Weg. So, zehn Stück an der Zahl, hier, guck mal, da oben ist gleich der nächste. Was ist das denn? Ein Magnet oder was? Hab ich auch noch nicht gesehen. Ja. Ne, easy going, man kann das natürlich mit dem Auto machen, dafür ist das ja eigentlich auch gedacht, aber... Von den anderen Bonus-Levels davor, da bin ich immer meistens hier runtergefallen und so. Ja, okay, das kann ja hier jetzt nicht passieren. Einfach mal hier alles abchappern. Hopp. So, warte mal, hier war irgendwo da hinten noch einer? Wo ist denn der Typ hier mit seinem Bazooka-Ding ist, wo man ist da? Mal alles kaputt machen. Okay, Nummer sechs. Ja, da ist der nächste. Ich werde wieder ausgestiegen hier, zack. Warum schwer, wenn es doch einfach geht, oder? So, haben wir den Nix. Und da ist der nächste. Und da ist der letzte. Und da war es das. Wunderbar. Blup. Genau, und da hinten der letzte. Und das war die Geschichte. So, da haben wir da. Mitte ist das, glaube ich. Alles zerstören hier. Oh, Entschuldigung. Aber egal. Hier, da haben wir. Die nächste Geschichte ist damit beendet. Okay, das war das Bonus-Level 45. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Ein besonderer Charakter hierfür ist nicht nötig. Ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ich hoffe, 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 ich hoffe